Karten gibt es im Geldbeutel inzwischen mehr als genug. Aber diese regionale Kundenkarte, exklusiv für unsere Abonnenten, bringt Ihnen deutlich mehr als nur Punkte zu sammeln. Denn bei jedem Einkauf profitieren Sie von Rückvergütungen aufs Konto. Die NW-Karte begleitet Sie durch den ganzen Tag. Legen Sie sie einfach beim Einkauf in einem unserer Partnergeschäfte beim Bezahlen an der Kasse vor. Über 500 regionale und 150 Online-Partner akzeptieren bereits die NW-Karte. Auf den getätigten Umsatz gewähren Ihnen unsere Partner einen Bonus. Je öfter Sie die Karte einsetzen, umso mehr bekommen Sie zurück. Die Einsatzmöglichkeiten sind fast unbegrenzt. Ob morgens beim Bäcker, in der Mittagspause bei der Reinigung oder im Restaurant am Nachmittag beim Ticketkauf beim Einkauf im Supermarkt oder auch online bei unseren verschiedenen Partnern im Internet. So haben Sie, wie in unserem Beispiel, an nur einem Tag ganz nebenbei 14,22 Euro gespart. Jeden Monat wird Ihnen die komplette Summe aller Rückvergütungen auf Ihr Konto überwiesen. Die NW-Karte So einfach lässt sich sparen. Mehr Infos finden Sie unter nw-karte.de